Hi, hier ist der Johannes von Till Rhein und WordPress 4.0 mit dem Codename Benny ist da und benannt nach dem Jazzmusiker Benny Goodman. Und wir schauen gleich mal rein. Im Frontend gibt es da keine Neuerungen, das Standard-Theme ist nach wie vor 2014. Aber im Backend gibt es einige tolle Sachen. Zuerst, wenn ich WordPress installiere, kann ich die Sprache schon während der Installation auswählen und die wird dann passend direkt heruntergeladen. Außerdem gibt es in der Mediathek eine neue Ansicht, die auch standardmäßig ausgewählt ist, nämlich hier dieses Grid-Layout, was man auch schon aus der Ansicht kennt, wenn man in einem Artikel Bilder hinzufügt. In der Plug-In-Übersicht gibt es außerdem eine interessant aussehende Neuerung, nämlich dass Plug-Ins jetzt hier Icons haben. Außerdem kann ich hier jetzt die komplette WordPress.org-Seite über das Plug-In einsehen und zum Beispiel mir Bewertungen über das Plug-In durchlesen oder was ich auch immer machen möchte. Das Hauptaugenmerk im neuen Release liegt allerdings auf dem Editor, der einige tolle Neuerungen mit sich bringt. Ich mache hier mal einen Testartikel auf. Und zwar gibt es keine zwei scrollbaren Container mehr. Das heißt, ich kann nur noch einmal scrollen. Im älteren WordPress war es so, dass ich hier im Editor noch einen Scrollbalken hatte, was oft zu Umständen geführt hat, um hier eine Datei hinzuzufügen oder ähnliches. Das Praktische ab WordPress 4.0, diese Werkzeugleiste bleibt immer angepinnt. Und ich scrolle hier, wenn ich scrolle, einfach durch den Artikel durch. Und hier unten komme ich dann zu den benutzerdefinierten Feldern etc. Außerdem ganz praktisch ist, dass die Medien, die man hier einbindet, das per einfachem Copy-Paste von links funktioniert. Zum Beispiel hier mal einen von unserem letzten Screencast. Und wenn ich den hier mal einfüge, dann sieht man direkt eine Vorschau davon. Das war in den bisherigen Versionen auch noch nicht so. Ansonsten wurden noch unter der Haube einige externe Bibliotheken wie TinyMCE, jQuery oder Media Element aktualisiert. Das war es aber auch schon von WordPress 4.0. Insgesamt spannend für Leute, die viel mit dem Editor arbeiten, was man bei WordPress ja macht. Und das bringt viel Komfort mit. Das war es soweit für dieses Mal. Gebt dem Video gerne einen Daumen nach oben, wenn es euch gefallen hat. Und abonniert unseren Kanal, damit ihr auch die nächsten Videos direkt immer mitbekommt. Bis zum nächsten Mal. Tschau.